Boah, Ding. So. Guten Tag, YouTube. Äh, geht weiter in Tomb Raider. Schon 33% gemeistert. Moin Kefu. Moin Tilo. Moin Jackie Bomberchen. Ja, ich bin ja wieder hier live bei Hitbox, aber das wisst ihr ja inzwischen. Bla, bla, bla. Brauch ich nicht nochmal wehnen. Livestream, Hitbox, Aufnahme für YouTube. Boom. Moin Kevin. Ich weiß nicht mal, wo ich hier aufgehört habe, ehrlich gesagt. Aber sicher eine voll epische Stelle oder so. Wie alle Stellen bei Tomb Raider. Das war so ein Bogenkampf, meine ich. Na, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, bis auf, dass die Stimme so ein bisschen belegt ist. Es ist ein Bogenkampf, sag ich nur noch. Ich sag's noch. Alter. Ach genau, ich habe dieses Titel. Alter. Mädchen. Wie gehst du ab? Boah, Huhn. Ich hab ihn da vergessen. Haben wir alle? Haben wir alle. Nee, da rennt, da spielt noch jemand. Oben. Wo hat er wohl, da ist er. Wie sie abgeht. Da kommt auch noch welche. Aha. Entschuldige. Kommen wir jetzt hier hoch? Ja, da oben ist er. Da wird auch noch einer da. Oh. Dann so. Oh, wie? Wer hat's überlebt hier? Ah, duckt er sich weg. Nein, daneben. Warte, er hat mal einen hier oben kümmern. Wo ist er? Da ist er. So ein Brandfall im Gesicht ist, glaube ich, nicht angenehm. Ey, wie viele sind das hier bitte? Wieso treffe ich noch nicht? Och, komm, Mädchen. Ich bin da auch. Oh, was? Waaah. Wow, 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 wow. Guck, der ist doch wieder weg. Ey, das war doch rot. Wir treffen müssen. Komm, zeig dich. Boah. Aber mein Gamepad-Amy schläft noch. Moin, AJ Slim. Ich hab's. Puh. Pfeiltyp wechseln. Drücken Sie irgendwas, um den Pfeiltyp zu wechseln. Ah, Brandpfeil und das sind jetzt Norm... Ne, das ist jetzt Normalfeil, ne? Ja, die Sprachsteuerung brauch ich nicht. Ich hab ja eh kein Gamepad angeschlossen. Äh, kein Mikrofon angeschlossen. Pürineo. Ne, ich bin doch TG. Auch wenn sie, ne, episch, irgendwelche Leute verbrützelt, bin ich doch der TG. Oh, ich hab den Timer vergessen. Ah, bin ich doof. Nein. Ah, der TG ist doch verdammt beschissen vorbereitet. Es ist ja auch noch früh am Sonntagmorgen. Na, kurze Pause hier. Bei der Aufnahme. La, 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 la. Äh, machen wir 15. 15 Minuten. So, starten. So. Oh, die Jimpanz ist auch schon wach. Guten Morgen, Jim. Jim, was machen deine Katzen? Deine Kater. Es sind ja keine Katzen, es sind ja Kater. Wo darf ich denn überhaupt hin? Dahinten darf ich hin? Äh, da kann ich aber hier runterlaufen, ne? Das ist das erste Mal Nassfutter, also Part. Glaube ich. Das ist das erste Mal Nassfutter vergessen. Die nie. Das stimmt leider wirklich. Oh, das scheint ein Tempel zu sein. Geheimnis Grab nennen die. Jetzt geht das wieder los. In die Acht, komm. Dann wollen wir uns mal wieder in die Ausnahme schmulen. Ach ja, die letzten 5 Donations sind schon wieder nicht richtig. Mensch, die G lachen, das Smiley, lachen, das Smiley, lachen, das Smiley. Da schummelt jemand. Da fiel sich, Eistee. Schummelt sich wieder hier mitten rein. Moment. Aber ihr hattet natürlich wieder vollkommen recht. Die letzten 5 Donations stimmen mal wieder nicht. Ja, nicht vergessen, das ist bewusst mal nicht gemacht, sag ich jetzt einfach mal. Da wäre übrigens eine explodierende Tonne gewesen. Das ist jetzt mit Sicherheit einfacher gemacht. Tiering-Probleme? Kann sein, das weiß ich nicht. Könnte ich aber auch nicht beheben, wenn. Fragte Jimmy jetzt gerade, deswegen. Äh. Wo ist der Scheiß? Hä, wie soll ich jetzt hier runterkommen? Hm, 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 hm. La, 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 da? Ah, da. Moin, Stefan. Ich muss ja, ich muss dazu sagen, dass ich von Tomb Raider noch nicht eine einzige Hitbox-Aufnahme gesehen habe. Weil die Aufnahmen bei Hitbox, speziell ist bei diesem Spiel immer, nicht da waren. Die Lokalen, die Lokalen sind super. Wie es bei Hitbox aussieht, kann ich nur schätzen. Es müsste aber eigentlich aussehen wie immer. Frag ich zumindest. Äh, sag ich zumindest. Moin, Erwin. Hier war doch jetzt ein geheimes Krapel, wie war das jetzt? Ah, ok. Äh, wie ging das jetzt nochmal so, ne? Und. Mit Manneskraft. Mit der Ein-Mann-Armee-Frau. Reichst zieht diese... Bretter aus dem Boden. Was wollen diese Hände denn mal zu sagen haben? Das sieht ein bisschen aus wie Orge hier, ne? Oder? Egal. Nicht weiter vertiefen. Oh. Zwei von drei Teilen gefunden. Schrotflinte. Yes. Sehr gut. Da ist ein Gewichtssack. Geht's da runter? Ja, geht's. Ja, da ging's runter. Das war so geplant. Eindeutig. Eindeutig. Quelle der Tränen. Optionales Grab. Da bin ich mal gespannt, was ich hier wieder machen darf. Ein Kanister. Ganz viele Kanister. So, 40 ist eben. Frühstücken. Alles klar. Frier sich. Frier sich. Frier sich. Mh, 40. Guter Appetit. Kann ich den nicht draufschmeißen? Okay. Bringt mich das irgendwie weiter? Da ist noch einer. Okay. Also guck ich da zu mir schon mal hoch. Mit Sicherheit, oder? Die wird schwerer als ich. Das ist nicht. Ich lass mich jetzt wieder runterschmeißen. Hm. Nicht wirklich. Nee, ich bin schwerer. Wo ist denn das Gegengewicht von dem Ding? Boah, ich check's nicht. Da unten. Da unten ist ein Gewicht. Ist das das? Ja, ist es. Ah, okay. Aha. Physik mit TG. Genau. Am frühen Morgen. Wir weinen diese Alkoholik. Und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten. Gut, jetzt nicht so viel redet. Wie, das war es schon? Tatsache. Krass. Das ging ja schnell. Kein Thema. Hä? So. Wir kommen heute ins Lager hier. Zwei Fähigkeitenpunkte habe ich. Ganz viel Ausrüstung. Das sieht nach Spaß aus. So, was machen wir nochmal hier? Tierkadaver. Oh, Pfeile wieder aufsammeln. Das ist gut. Noch einen. Finden sie bei Toten versteckte Taschen um zusätzliche Munition zu halten. Das ist genauso super. So. Das war das. Das war das. Gucken wir mal, ob wir hier noch so ein bisschen tunen können. Bei den Waffen. Schruttende ist geil. Fügt einen alternativen Vollmodus hinzu, mit welchem eine größere Reichweite erzielt wird. Nehmen wir. Ein gestützter Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Nehmen wir. Das war's, ne? Vielleicht noch 100. Aber mit 100 kann ich glaube ich nicht so viel anfangen. Nein. Pistole vielleicht noch. Nein. Die ist verstärkt und das ist mein Bonusgeschisse. Und hier habe ich schon alles verbogen. Der Bogen ist das geilste. Moin Lars. Ne? Habt ihr gesehen wie episch ich diesen Tempel mal eben gemacht habe hier? Oder Grabstätte oder wie man es jetzt nennen möchte? Jetzt kommt er nicht mehr raus. Ach da ist er. Ja mein Gott ich sehe es doch. Ich habe es nur noch gesehen. Na eben fix gelöst hier. Tja. Hallo Nudel... Nudelschubser. Hier ist schon der Nick. Hallöchen. Ist das Tomb Raider? Hm. Ist es. Erreichen sie das Tor unter der Brücke. Machen wir. Das war doch hier irgendwo jetzt nicht. Da ist es. Wo komme ich da rüber? So vielleicht? Wuuuuh. Uh da musste ich aber noch nachladen. Da war nicht drauf gefasst. Der Herr springer. Ritt, ritt, ritt. Oh Neutopia. Danke fürs folgen. Na komm schon. Ich liebe den Bogen, ey. Ich liebe ihn einfach. Der macht hier so viel Spaß. Da ist er. Da sind sie. Einer, zwei. Haben wir sie alle? Sind sie alle weg? Sind sie alle weg? Sind sie jetzt selber gespringt? Nein. Wie ist sie denn? Wie ist sie dann? Wie ist sie? Wie ist sie schön, wo sie stehen bleiben dann? Eie. Wie ist sie noch nichts mehr hier? Ach komm schon. Noch. Ich packe da nur die Musik auf. Okay. Jetzt kann ich die Pfeile wieder rausziehen oder wie war das jetzt? Alles looten hier. Lolololo. Da liegt auch noch einer. So. Gehen wir zum Tor ja. Britt, Britt, Britt. Der Flolz. Flolz, danke fürs Folgen. Heiliger Stoff kann verbrannt werden. Ach so, der Weiße da. Warte mal, kann ich das mit dem komischen Brandbogen machen? So. Ja, geht. Okay. Okay, geregelt. Habe ich gerade heiliger Stoff gesagt? Ja, ne? Da stand nur heller. Ja, das ist Sonntag. Mein Gott. Könnte trotzdem heilig sein. Ja, das kann natürlich sein. Wie können wir so leben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woher? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woher? Ich bin immer mit. So, sehe ich die Typen irgendwo hier? Ne. Sarah, hier oben! Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Wir müssen die anderen holen! Hä, wo soll der sein? Sarah, schwing dein Hintern hier raus! Ist doch jetzt gut. Ach da, eine dicke, fette Leiter. Dick und fett. War so klar. War so klar. Und die Leiter ist natürlich auch kaputt gegangen dabei. Oh, noch Alarm hier! Alter! Wow! Schmeiß'n ja! Warte mal, nehmen wir mal hier... Meinungsverstärker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe auch nichts. Ich schieße aber noch leer an hier. Bei dem Bumpenzitter klar. Na, komm! Geht da runter und lebt sie rum! Jetzt kommt er noch näher. Ja. Ja. Nun, wie ich sie aufhalte. Das Rundraumschießen hier. Epische Fehlleistung, was? Das verrückt mich, glaube ich. Meinten die jetzt mich? Ja. Ja. Na, komm! Zeig dich! Du bist so... Alter! Knallt hier überall! Ich kann mich an die Stände wieder nicht mehr erinnern. Oh, die Viertelstunde ist um! Oh, oh! Oh, oh! Da ist doch Munition oder nicht. Nein, interessiert sie nicht. Oh, ich habe es geschafft, glaube ich. Lara, du lebst noch! Gerade wo? Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt! Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommen sie ja damit über die andere Seite. Okay! Schon unterwegs! On my way! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Hahaha! Tschüss!